Der Vierwaldstätter See Wegen seiner landschaftlichen Schönheit ist der Vierwaldstätter See, der seit den 1830er Jahren von Raddampfern befahren wird, ein Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Infolgedessen haben sich zahlreiche Hotels und Kurgaststätten an seinen Ufern angesiedelt. Zwischenstation in Witznau Abfahrt der Witznau-Rigi-Bahn, die 1871 als erste Bergbahn Europas in Betrieb genommen wurde. Einfahrt nach Luzern Das von dem dänischen Bildhauer Bertel Thorwalzen entworfene Löwendenkmal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017